In den letzten Jahren haben wir tatsächlich sehr viele Sets mit dem Thema Mittelalter und Ritter bekommen. Natürlich allen voran das Lionel's Castle, aber auch halt sowas wie den mittelalterlichen Stadtplatz oder noch ein paar Jahre zurück auch sowas wie die Ideas Schmiede, auch ein sehr schönes Set, das habe ich euch damals ja auch vorgestellt und natürlich so Sachen wie diese beiden GWPs, einmal das Magisto, einmal das Forest Man Set, aber so richtig ist das Thema Castle für mich noch nicht wieder zurück bei Lego. Das hat den Grund, dass erstmal natürlich diese Sets sehr hochpreisig sind. Diese beiden kleineren Sets, theoretisch die man hätte in den Handel bringen können, sind GWPs gewesen, die man erst ab einer bestimmten Summe Einkauf im Lego Shop bekommen hat. Und eine essentielle Sache, die wir noch gar nicht bekommen haben, die ich finde aber sein muss bei jeder Themenreihe, sind die Minifiguren-Packs bei Lego. Und bei Lego Castle gab es in den Jahren, ich weiß es gar nicht, wann es angefangen hat, so in den 80ern bis hin zur letzten Themenreihe immer fantastische Minifiguren-Packs, die einen in dieses Thema reingebracht haben, die einen irgendwie so ein bisschen abgeholt haben. Man konnte reinschnuppern, man hat für relativ wenig Geld gleich einen Haufen Minifiguren bekommen und konnte sich dann seine Lieblingsfraktion aussuchen. Man konnte vielleicht sagen, okay, man kauft sich das vielleicht ein, zwei, drei Mal. Dann hat man gleich wirklich eine große Armee, die man aufbauen kann. Und das fehlt. Das fehlt essentiell meiner Meinung nach, denn Minifiguren sind auch einer der Hauptgründe, warum Lego, glaube ich, immer noch so erfolgreich ist. Gerade natürlich in den Lizenzen bei Star Wars, bei Herr der Ringe und sowas. Aber auch für die normalen Spielthemen. Also, ihr müsst euch mal die Sets angucken und die Minifiguren rausnehmen. Das sind einfach leere, tote Sets ohne wirklich viel Leben drin. Das muss ich einfach so sagen. Gerade bei City oder sowas, da lebt das natürlich schon ein bisschen von den Minifiguren. Und deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns heute mal so die besten Castle-Minifiguren-Packs in Anführungszeichen an. Ich werde das gleiche wahrscheinlich nochmal für die Piraten machen. Und ich habe auch damals so ein, ja, so ein Ranking-Video oder sowas ähnliches gemacht. Auch mit Star Wars-Battle-Packs und sowas. Aber Star Wars ist noch weniger Thema auf meinem Kanal aktuell, als es vielleicht früher noch so ein bisschen der Fall war. Und deswegen werde ich mal gucken, inwieweit euch das gefällt und wie gut das bei euch ankommt. Aber ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar von diesen Minifiguren-Packs an. Aber vorneweg natürlich immer der Aufruf, gerne ein Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Dann wird das hier natürlich weiter in die Welt getragen, das Video. Und es schließe sich vielleicht noch andere diesem kleinen, aber feinen Kanal an. Und damit würde ich sagen, geht's los. Ich würde sagen, so die ersten Minifiguren-Packs, die man zählen kann, sind die 6077 und die 677. Die 6077 ist ein Re-Release in den USA gewesen von halt der 677. Und hier hat man natürlich sechs Minifiguren drin gehabt. Hier haben wir aber auch nur eine Fraktion drin gehabt. Ist natürlich super, wenn man eine große Armee aufbauen will. Aber das kann man so als die ersten beiden Battle-Packs, würde ich sagen, zählen. Oder Minifiguren-Packs. Das, was ich aber als erstes wirklich richtig cool finde, muss ich sagen, ist die 6102. Da haben wir verschiedene Fraktionen enthalten. Wir haben die Löwenritter und wir haben die Black Falcons. Und da kann man natürlich dann deutlich mehr mit anfangen, weil diese Parteien oder Fraktionen in Anführungszeichen sich bekriegen können. Die können natürlich auch Bündnisse schließen. Wir haben Bogenschützen dabei, wir haben Äxte, wir haben Schwerter, wir haben Speere. Alles, was das Herz begehrt. Und bei allem, was wir hier sagen müssen, ist es schwierig, die richtigen Preise rauszubekommen. Ich kann immer nur so ein bisschen auf die Dollarpreise gucken. Und das sind meistens so um die 5 Dollar für diese kleineren Sets gewesen. Ich meine, stellt euch vor, dieses Set würde ja heute rauskommen für 5 Euro oder für 10 Euro. Die Leute würden das dauerhaft einfach kaufen. Die würden gar nicht mehr überlegen. Die würden irgendwie, keine Ahnung, Star-Wars-Fan geht in den Laden. Will sich den Sternzerstörer kaufen, nimmt sich einfach so ein oder zwei von den Dingern mit. Das würde, glaube ich, laufen wie geschnitten Brot. Und das fehlt natürlich generell, wenn wir sagen, okay, vielleicht kommt Castle irgendwann mal wieder so ein bisschen als Themenreihe zurück. Vielleicht lassen sie es auch exklusiv für die Erwachsenen, dass es wirklich nur diese 3, 4, 500 Euro Sets wären. Was ich persönlich schade finden würde. Aber das wäre ein super Start, um generell in so eine Castle-Themenreihe mal reinzukommen. Und das kann natürlich immer weiter gesponnen werden. Die 6103 haben wir dann bekommen. Und das ist natürlich noch ein bisschen cooler, weil hier haben wir sogar 3 Fraktionen. Also prinzipiell wurden in diese Minifiguren-Packs dann auch die neuen Fraktionen eingeführt. Wir hatten vorher die Black Falcons und die Lion Knights. Und jetzt haben wir dann noch die Forestmen dazu bekommen. Meine favorisierte Themenreihe zusammen mit den Dragon Knights. Super cool, super gelungen, wie ich finde. Gerade, weil die Forestmen so ein bisschen ähnlich wie die Wolf-Packs vielleicht nicht die größten Kämpfer direkt auf einem Schlachtfeld oder in direkter Konfrontation sind. Aber schon so ein bisschen die Reichen bestehlen und es den Armen geben. Das finde ich immer eine sehr schöne Vorstellung. Natürlich ganz stark abgeleitet von Robin Hood, sage ich mal. Aber hier hat man halt auch wieder ein bisschen Variation drin. Und vielleicht sogar das Beste von diesen Sets, obwohl das immer ein bisschen schwierig ist. Denn das ist auch ein bisschen mit Präferenzen verbunden. Ich persönlich liebe ja die Dragon Knights auch. Und hier haben wir einfach drei von den Drachenrittern mit drin. Wir haben einen von den Wolf-Packs mit drin. Wir haben aber sogar noch ein Pferd mit drin. Und das ist natürlich dann irgendwann so ein Minifiguren-Pack, wo man sagen kann, ja, genau so muss das eigentlich sein. Genau so muss das sein, wenn eine Themenreihe rauskommt. Und da kann ich gleich schon mal vorweg sagen, das war nicht nur damals in den 80ern und 90ern so. Sondern das hat sich dann später auch fortgesetzt bei den weiteren Packs, die wir sehen werden. Denn wir haben ja noch in den 2000ern ein oder zwei Themenreihen bekommen für die Ritter. Und da war das genauso, dass wir grandiose Minifiguren-Packs bekommen haben, wo man sagen kann, okay, wir starten erstmal mit so einem Minifiguren-Pack. Die dann natürlich deutlich teurer gewesen sind, als die, die wir dann jetzt zum Beispiel so wie die 6105 gehabt haben. Aber an sich ist es die gleiche Idee. Kauft euch erstmal ein Minifiguren-Pack. Guckt, ob irgendwie euer Kind was damit anfangen kann oder ihr selber. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr die großen Sets dazu kauft. Das ist eigentlich eine, wie ich finde, relativ einfache Strategie, die normalerweise ja dafür sorgt, dass man deutlich mehr verkauft. Wenn du mit dem eigenen Produkt irgendwie wirbst oder Werbung machst, mit ein paar Minifiguren oder so, verkaufen sich die größeren Sets der Themenreihe automatisch, würde ich sagen. Bevor wir zu den moderneren kommen, möchte ich natürlich nochmal über zwei Sets reden, die keine direkten Minifiguren oder Battle-Packs sein sollen. Gehe ich jedenfalls mal stark von aus. Sondern wo sich das einfach ergibt. Das ist einmal die 6049, der Viking Voyager. Hat natürlich nichts mit Wikinger zu tun, ganz klare Sache. Auch wenn es so heißt und den Anschein macht. Auch mit den Sperren, dass das so aussieht wie diese langen Boote, wo die ganzen Ruderer dran sind. Aber es ist natürlich ein astreines Lion-Night-Set. Wir haben aber auch hier fünf Figuren. Sehr viel Bewaffnung. Und natürlich noch dieses kleine Boot. Und eins der wirklich unterschätztesten Sets, vielleicht in der ganzen Castle-Reihe, die 6057, das ist die Sea Serpent. Auch ein kleines Schiff, was tatsächlich mal in dieser Castle-Welt untergebracht wurde. Viele coole Figuren, viele bedruckte Schilde, bedruckte Fahnen, bedruckte Segel. Super geniales Set, auch natürlich um eine Armee aufzubauen. Und dann, das wird bei Brick-Set immer unter Castle gelistet. Ist aber, glaube ich, eher so ein eigenes Thema. Ninja-Castle, darüber habe ich ja auch schon öfters geredet. Finde ich aber auch super, dass es da so eine Art Battle-Pack gab, wo man einsteigen konnte. Wo man halt die Samurai, den Shogun und die Gegenfraktion, sage ich mal, die Ninja, die so ein bisschen die Räuber, glaube ich, darstellen sollen. Dass die alle auch nochmal in einem Set sind, mit diesen Flaggen mit dabei. Finde ich persönlich auch eine schöne Geschichte. Und passt natürlich auch so ein bisschen in diesen Flair von Minifiguren in den Thema reinschnuppern. Und deswegen habe ich die hier auch nochmal mit reingenommen. Auch wenn sie per se jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Castle gezählt werden sollten. Wir hatten dann in den 2000ern als richtige Castle-Themenreihe nochmal Kingdoms. Was ich persönlich auch als eine der besten Castle-Reihen vielleicht sogar sehen würde. Natürlich die Sachen wie Dragon Knights und Forestmen, die sind schon da drüber. Aber ich finde, Kingdoms ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt in der Wahrnehmung. Hat super coole Figuren. Hat auch mit diesem Battle-Pack fünf Figuren. Immer ein bisschen in einer unterschiedlichen Variation. Auch mit verschiedenen Schildern. Wir haben so einen Ritter, der in der Mitte, der sieht schon so ein bisschen aus, dass er entweder, weiß ich nicht, der Anführer sein soll. Vielleicht sogar der König, der mit in den Kampf zieht. Aber halt eher eine besondere Figur. Auch ein bisschen eher wieder auf dieses klassische Ritter-Thema zurückgemacht. Mit diesen Schwertern, die noch rund sind, sage ich mal. Ich glaube, die danach gab es auch erst bei Herr der Ringe. Also die Spitzenschwerter tatsächlich. Und das Gleiche haben wir auch für die Bösen. Ja, es sind vielleicht Dragon Knights. In Anführungszeichen. Man weiß es nicht so genau. Es sind auf jeden Fall Drachenritter. Irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Natürlich nicht so cool wie die, die wir davor hatten. Aber auch hier verschiedene coole Rüstungsteile. Der Bannerträger, der hat natürlich wahrscheinlich die beste Rüstung und den besten Schutz im Fall des Krieges. Und auch hier, finde ich, haben die das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ein kleines Set, was dann natürlich schon jenseits der 10 Euro gewesen ist damals. Aber trotzdem, glaube ich, ein super Einstieg gewesen ist. Und heute genauso gut laufen würde. Und in unserer letzten richtigen Castle-Themenreihe haben wir nochmal so zwei Minifiguren-Packs bekommen. Was ich generell ein bisschen schade finde, aber das ist nur meine eigene Ansicht, sage ich mal. Wir haben keine richtigen Boxen mehr gehabt. Wir haben da immer so einen Blister dann irgendwie gehabt mit Plastik dran. Wo man natürlich wirklich eins zu eins sehen kann, okay, welche Figuren, welche Teile bekomme ich. Aber das sieht man eigentlich meiner Meinung nach auch auf der Boxart oder auf dem Produktbild. Das ist dann eigentlich keine große Überraschung. Nichtsdestotrotz haben sie es auch hier gemacht. Und das muss auf jeden Fall auch so sein, sollten sie irgendwann überlegen, wieder eine Castle-Reihe rauszubringen. Es muss ein Minifiguren-Set geben, wo du mindestens vier Figuren hast, wo du vielleicht im besten Fall, so wie hier, noch eine Schattstour hast. Also irgendwas, was man noch ein bisschen mehr bespielen kann, was noch einen gewissen Mehrwert gibt, auch mit diesen chrom-goldenen Barren und den Münzen. Ist natürlich super. Und genauso auf der Gegenfraktion haben wir hier in dem Fall so ein cooles Katapult. Es ist simpel gebaut. Man kann aber damit auf jeden Fall spielen. Und wenn du beide Packs hast, kannst du natürlich mit diesen Fraktionen ein bisschen hin und her spielen und überlegst dir vielleicht, okay, kaufe ich mir vielleicht noch das große Top-Set, die Ritterburg. Kaufe ich mir noch das kleine Set mit dem Drachen für die bösen Ritter. Da gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten, da irgendwie irgendwas zusammenzukriegen. Und das ist etwas, was mir die letzten Jahre gefehlt hat. Natürlich, wir haben keine Castle-Reihe an sich gehabt. Wir haben immer nur so einzelne Sets gehabt. Aber Lego hätte auch sagen können, wenn sie schon GWPs machen, okay, wir geben euch hier irgendwie so ein Set, so ähnlich wie es bei Star Wars teilweise auch so ist. Hier habt ihr mal fünf Ritter einfach so dazu in einem GWP oder, keine Ahnung, sechs Ritter oder noch irgendwas dazu, was ihr verwenden könnt. Und wäre auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Argument mehr, diese Sets zur UVP direkt bei Lego zu kaufen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil GWPs finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber zu solchen großen Highlight-Sets könnte man sowas immer mal dazu packen, finde ich persönlich. Denn natürlich, wir können auch bei Pick a Brick oder Stern und Teile irgendwie diese Figuren noch nachbestellen. Aber da kostet dann eine Figur fünf, sechs Euro plus Versand. Und das läppert sich dann natürlich auch ganz schnell nach oben. Wenn du vier oder fünf voll ausgestattete Ritter hast, da willst du keine 40, 50 Euro für bezahlen. Aber das waren meine Gedanken so. Generell finde ich diese Minifiguren-Packs super cool. Die sind bei den Piraten genauso cool. Und ich finde, die muss es eigentlich auch in jeder Themenreihe gehen. Natürlich gab es sowas bei Town auch, bei City. Eine Zeit lang noch mit diesen Minifiguren-Packs, mit diesen vier Stück für 10 Euro. Aber irgendwie ist das abhandengekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht lohnt es sich nicht mehr. Aber es ist leider so. Jetzt bin ich noch gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Minifiguren-Packs im Allgemeinen und natürlich auch gerne, was ihr von Castle haltet. Und ob ihr euch eine neue Themenreihe wünschen würdet. Ich denke mal, die meisten werden Ja sagen. Schön, dass ihr wieder bis hierhin dabei wart. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns und hören uns bald wieder. Bis dann. Bis dann.